hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder nach dem ticket und heute habe ich das spiel stage of survivors viel spaß und da sind wir auch schon folgt rein genau da werde ich mal so wie immer die ganzen roten punkte schnell einkassieren die ich hier habe verblieben zeit sechs tage eine woche hätte ich noch zeit gehabt ist ja schon zwei wochen her eine woche ist ausgegangen nein schnell wieder starten okay voll gut rein okay 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 und es wird ja mal da noch mal Ja, das ist gut. Vielen Dank. Oh, der Sound hört sich jetzt mal ein bisschen komisch an. Oh, was heißt, hört sich das an? Oh, der Sound hört sich jetzt mal ein bisschen komisch. Oh, der Sound hört sich jetzt mal ein bisschen komisch an. Oh, der Sound hört sich. Oh, der Sound hört sich. Oh, der Sound hört sich. doch wenn ich auf den papierflieger gehe welch immer rausgeschnitten nicht auf dem papierflieger ja und daneben auch nicht das daneben ist video angucken aber ist jetzt wird sound da oder nicht also papierflieger ist böse video ist böse dann machen wir hier training fortfahren 136 perfekt sind alle weg und hier einmal trainieren die sind weg also nur die verbessern auch alle ist gut das ist sehr gut forschung ich mache förderung fertig was möchte noch hier haben wir ich kann Sachen kaufen ich bin müde oh gratis ok ich überlege gerade ich war doch in einer allianz drin kommen ja jetzt ich möchte ich ich da du bist nicht länger mit geht der allianz batak die jürgen die mich aus meinen allianz geschmissen die habe ich aus meinen allianz geschmissen allianz drin wird beitreten ich suche dir cja du bist sicherlich айн 45 46 46 47 47 48 Ich habe nicht gefunden. Meine Allianz gibt es gar nicht mehr. Wie hieß die Person? Frieke? Warte mal. Sie haben mich auf meine Allianz geschmissen. Sie haben mich auf meine Allianz geschmissen. Da. BDJ gibt es nicht mehr. Fieke? Fieke? Varianz? Weitreten? Fieke? 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 Einmal spenden. 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 Okay, boss. Ah, warum ist kein Sound da? Auch ein bisschen doof, ne? Ausmachen, anmachen. Muss wahrscheinlich wieder komplett ausmachen. Plus-Stack wieder anmachen. Nur weil ich auf dem Papierflieger gedrückt habe. Schweinerei. Forschung. Halbe Stunde. Das gut. Das gut. Dann noch den hier. Und dann bin ich gleich fertig. Ah, wieder mit posten. Ja. 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 Dann würde ich mal sagen, das war es schon wieder für heute. Ich war aus meiner Allianz gespüße. Das ist so traurig. Aus meiner eigenen Allianz haben sie mich gehauen. Ich kann ja mal einen los schicken. Gut. 13 Sekunden. So, ich werde das Spiel jetzt beenden, indem ich hier auf dem Flieger drücke. Schauen, was passiert. Erstmal Postfahre nochmal gucken. Niederlage. Uhr. Niederlage. Warte mal, da muss ich nochmal gucken. Den hier habe ich verloren. Empfohlen 11.000. Angriff. Achso, ist nur unterwegs. Na, geht es nicht mehr. Angriff. Hier steht, ich werde gewinnen. Warum Niederlage? Das muss ich jetzt noch einmal kurz abwarten. Das macht dich kaputt. Dann bist du hierher um, aber du hast zu stark. Die kriegen dich kaputt. Da brauche ich eine Stärke von 500.000. Und jetzt, wo ich angreife, sind glaube ich, so weit ich weiß, meine stärksten Leute. Die hier. Ich weiß gar nicht, wie stark die jetzt so waren. Gut, die haben eine Stärke von... Ach, mit die habe ich vorhin gegriffen, ja. Und die haben eine Stärke von 0. Ich dachte, die haben auch eine Stärke immer. Komisch, komisch. Von 400.000. Deswegen war es eine Niederlage. Okay. Gut. Ich weiß Bescheid. Ich gehe jetzt auf den Papierflieger. Mal kurz hier durchscrollen. Schauen, was hier ist. Das ist klar. Ich bin eigentlich noch mit beiden. Das ist das. Okay. Ich drücke drauf. Und rausgeschmissen. Gut. Wir wollen sowieso jetzt aufhören. Dann habe ich mein Ticket ab und zack. Dann schuze zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.